Der große Aktionstag, der Messdienerinnen und Messdiener im Oldenburger Land. Und 1.100 Jugendliche werden sich engagieren für das Kinderhospiz in Wilhelmshaven. Das ist total klasse. Ich kann morgen leider nicht. Deswegen bin ich heute schon mit dem Rasenmäher unterwegs, um auch die Aktion des Kinderhospiz mit zu unterstützen. Carpe Diem heißt, nutze den Tag oder pflücke den Tag. Und das heißt, die Zeit gut zu nutzen, aber auch viel Spaß zu haben. Und das wünsche ich euch, den Messdienern und Messdienern, dass ihr bei der ganzen Aktion viel Freude habt. Und ich mache auch mal weiter hier und hoffe, dass ich ein bisschen Geld damit verdiene. Super, Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020